Soll ich nachher alle Lieder auf meinem Handy machen? Was für Lieder? Ja, so Musik ist unterwegs. Ja, aber nimmst du da nicht Spotify oder wie? Aber ich mach's mal nochmal. Ja, hab ich keinen Bock drauf, mir da irgendwie Musik drauf zu machen. Und gib doch schnell, mach das ja alles in Ordnung. Ihr habt das ja gar nicht mitgekriegt mit den Likes, das steht nur in meinem Chat. Ja, danke für die Likes. Amelie, du was? Danke, nice Amelie, für die... Ich hab das Ding nämlich gerade zu... 414 Likes! Ehrenmädchen! Ich hab' mir überlegt... Ja, ja. Ja, ja. Mach einfach mit dem Mädchen-Name. Vielleicht sowas, weißt du? Ja. Keine Ahnung. Ich mach einfach eh, du musst die Follower alles kriegen. Hast du das von der Jule gesehen ohne diesen Voice-Over? Äh, ja, ja. Ich schwör' dir, ich will auch sowas machen. Und die Leute so alle, äh, äh, äh. Ja, aber so wird das Video hergestellt. Was haben denn die Leute gedacht, wie die die Videos macht? Ja, ja, ja. Du musst ja irgendwie Aufnahmen machen, äh, und, und... Ach, die Menschen sind so dumm, ne? Ich mach' das vielleicht morgen, so. Ja, ja, ja. So, so, so Daily, Daily Vlog. Ja, guck. Lege ich mir an. Die Kamera ist auch noch auf der Uhr. Sehen die? Wär gut, Kameras sind hier mittlerweile... Standard. Ach, gut, den Leipzig. Ja, du darfst bei mir schlafen. So, zufrieden? Ich kann doch nicht Nein sagen, ne? Das ist halt einfach so. Die hört gar nicht auf, ne? Aber ich werde zocken. Und ich werde nicht mit dir reden, weil ich dich nicht höre. Weil das Headset so laut ist. Aber ich kann nicht mit dir reden, weil das Headset so laut ist. Ich komm' zu euch und vom Möbel euch. Hä? Ich komm' zu euch und vom Möbel euch. Nee, aber das ist wirklich so. Ich hör' die nicht. Ja, ich weiß. Ich hör' das ja auch nicht. Meine Mutter kam mir auch grad rein, im Endzeit. Und hat irgendwie geladen. Ich hör' das auch nicht. Ja. Ich hör' das auch nicht. Ja, und ich hab' halt auch keine Lust, immer das Headset dann jedes Mal runterzumachen, die ganze Zeit. Das ist was ja bei mir, äh, wo der Nick hier war, weiß ich, wo wir geshockt haben. Ich hasse das auch. Weil da muss ich auch, wenn er mit mir redet, eben Prozesse haben. Ja, das, ja. Ja, genau. Und deswegen bin ich da auch nicht reingekommen, wo jetzt Lampfer da waren, weißt du? Weil, ne? Ja, ich weiß. Dann nimmt man so, drehen die dann so viel. Ja, genau. Das meine ich. Ich hab' auch lieber so dann die Ruhe dabei, so. Wenn Nick alleine ist, okay, weil der tut sich selber beschäftigen. Der singt ein bisschen, wenn gut ist. Ja. Ja, das hab' ich ja gehört. Ja, das hab' ich ja gehört. Und ich muss sagen, das fand' ich lustig. Das war nicht echt lustig. Das war egal, weil ich hab' mich ja nicht, weil ich hör' mich eh nicht. Aber, äh, die anderen Labern ist immer voll, wie Fabio. Ja, und das ist halt schwierig, ich weiß. Dann hast du gegner vor dir in deinem Namen. Ja, ja. Ich muss hier auch mal ganz viele Scheiße wegschmeißen. So. So, jetzt hab' ich wieder Platz. Guck mal, der Juni lebt noch. Wo ist der eigentlich? Ey, der steht da. Der steht da. Der steht da. Ja, ja. Wir müssen uns einmal kurz bewegen. Hm, ja, der ist wirklich keine Ahnung. Irgendwas mit den Kindern. Bestimmt mit den Kindern irgendwas. Denke ich mal. Ja. Warum gibt's keine, äh, Ferien? Ich bin gegangen. Keine was? Ferien? Anscheinendlich? Nein. Ah, Glück gehabt. Ich hab' einer Dings. Hä, wo hab' ich denn jetzt was hingeschmissen? Hier ist wieder Belebung, wenn du brauchst. Bist du, Alter. Ach so, äh, danni arbeitet woanders. Sie arbeitet nicht mehr in diesem Büro. Ich hab' das ganz vergessen. Seid du, Alter. Seit, äh, Februar arbeitet die beim Arbeitsamt. Äh, komm mal, äh, komm mal zu mir. Ja, ich bring dir das mit. Dann lass mal, äh, Ausrüst und holen. Ja. Weil wir haben genug Geld. Danni arbeitet beim Arbeitsamt und, äh, bearbeitet Aufträge, Anfragen und sowas. Mittlerweile. Ah, okay. Das? Ja, ist mir soeben eingefallen. Da ist aber auch noch die Büro, oder nicht? Ja, ja, das, ja, aber, äh, also ich hab' vorher bei denen im anderen Büro, also so, andere Sachen. Wie viel kostet? Sehr gut. Von Staunen, glaubst du, oder? So, Drohne. Dann tut mir das eigentlich was schnell hier hin, weil ich draußen sind's meine. Ja, ich hab Drohne, ich hab Drohne auch gekauft. Ja, dann lass mal hier schnell runter. Weil die Drohne kommt auch weg. Das ist nicht normal, ne? Aber da ist einer. Ja, ja. Ich hab, ähm... Die landet, scheiße, die landet oben. Fuck. Egal, lass uns hoch, der ist alleine. Kein Erfolg. Der ist bei unserer Ausrüstung. Achtung, Drohne verlässt das Einsatz. Der war hier. Hier, hier, hier. Nur ein Stück lang. Hab den. Der andere kommt auch jetzt von, äh, gegenüber. Der sieht mich. Der ist im Haus, hab ich gesehen. Hat ein paar Hits. Ich muss kurz heim. Ja. Hab den. Da da vor, da da vor. Ja, ich hab meine Waffe genommen. Oh, noch mehr, ja, 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 ja. Ja, dann geh mal runter. Aber warum? Geh runter. Rein, rein. Bist du runter gegangen? Ja, hier, unten. Ich, ich kann, kann nicht zu dir. Ah, ja, 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 ich hab. Ah, ich werde sterben. Aber ich kann mich noch einmal heilen. Ach, mich tot. Ich schmeiß dir Gasmaske dahin. Ja, ja. Ich hab dir eine Gasmaske dahin geworfen. Die kannst du aufheben. Hab ich. Okay, das war dumm, weil ich schaff das nicht. Doch, doch, doch. Doch, ich bin, oh, bin in der Zone. Ja, ich auch. War gut mit der Gasmaske. Ja, ja. Geil. War auch. Wird selbst gestorben. Ich weiß. Junge, Junge, Junge. Ich hab die falsche Waffe aufgehoben. Gerade. Hast du dann auch nicht? Doch, eine. Aber die falsche genommen, aus Versehen. Egal. Ich hab die MP genommen. Schussverkauf anliegt. Kreise an der Vorratsstation gesenkt. Wir sollen da unseren Verfolgern entkommen. Ich stirb die ganze Zeit. Gegner vor mir. Der ist da ohne. Ja, hab ich gesehen. Ja, ja. Der ist hier im Wasser, der Hund. Feindliche Konterdrohne aktiv. Mann, der wollte... Ja, hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Sehr gut. Wieder alle auseinandernehmen. Von den Hunden. Die gemacht haben vermutlich echt krank. Aber wir sind echt gut. Das muss ich echt mal sagen. Ja, klar. Wir haben hier sogar noch Zone. Wir müssen hier gar nicht äh... Ja, ja. Ja. Meiner atmet die ganze Zeit so komisch. Mach was draus. Mach was draus. Ja, ja. Hier ist einer. Ja, ja. Was ist denn der Sound? Boah, Junge hab ich Reflexe. Ja. Das ist im Wasser wie ganz... Hier, hier, hier. Und hier irgendwo dann. Da. Krass. wir können sogar hier vorne erstmal ich will gucken was er hat geld an der minne hat der muni nein ich glaube wenn wir hier hinten ja ja da kommt noch das problem ist ich habe noch ein bisschen mehr ich muss ich gehe mal rüber und legt dann hast du wiederbelebung weil ich weiß ja nicht wo die zone enden wird weißt du nein nicht mehr weil einer von einer von sollte beides nehmen ja ja weil je nachdem wo die zone ist kann man hier unten wieder bleiben gib mir mal deine spritze was ja weil dann kann ich länger überleben da kann zu nehmen weil dann kann ich länger überleben dann kann ich mich zweimal heilen hier in der ecke sehen wir uns auch nicht wo ich stehe die ganze zeit abgeknallt der arme ja ja gratis kills ist ja geil für die leute wir haben noch eine möglichkeit hier gleich hoch zu kommen ist das ja wir haben einen ton ist doch doch dies mit uns sehr gut jetzt acht mit meiner wieder so komisch berlin tag und nacht wer guckt denn so was noch mal wiederbelebung jetzt finden dass wir jackpot wir müssen hier bleiben weil wenn die zone weg müssen wir hier hochgehen nein zone bleibt so eine blöde kommen doch mal wiederbelebung noch mal wiederbelebung zur sicherheit wiederbelebung habe ich habe ich genommen nur noch ein gegner der arme wir sind voll der zone die ganze das muss die letzte sein ja wir müssen aufpassen so dass wir irgendwo hoch kommen nein wir müssen ja nicht hoch guck mal hier ist die mitte wir müssen ja nur in der mitte sein wer mussten müssen wir nicht da ist die letzte zone also kann er nur noch hier runter kommen ja der kann du kannst gleich wenn du bock hast kannst du gleich versuchen hoch zu gehen ich habe ein mörserschlag oh wir können gewinnen ich habe ein mörserschlag weil ja und der hund muss hier kommen da weißt du der muss ja da rein und dann mache ich mörserschlag und dann kann er ja nicht in der zone bleiben die zone kommt ja ja jetzt kassiert er nämlich hier der muss ja der muss ja also ich meine der kann ja nur außerhalb der zone ja gut dass du dich wieder beleben kannst hoch lassen wir hier hoch kommen ja bleib mal stehen wenn du fällst weil du muss mal stehen bleiben bleiben bleib mal stehen ja ja ja